ja Jo Leute was geht ab der Polen am Schaut herzlich willkommen zu einem breiten Video von Halo Ich weiß nicht ob das das letzte Video ist was es kommen wird denn wie einige schon vielleicht mitbekommen haben werde ich mein PC nochmal resetten das bedeutet der Speicherstand von Halo wird gegebenenfalls komplett gelöscht natürlich ist ja logisch wenn ich den PC resette und ich bin mir nicht sicher ob ich dieses Projekt weiter fortführen werde das steht halt noch nicht fest weil ich habe irgendwie keine Ahnung am Anfang hatte ich echt Bock auf dieses Projekt aber momentan so nicht mehr deswegen kam es auch ein paar Tage nicht oder mehr besser gesagt ein paar Wochen auf jeden Fall wie gesagt falls es weiter kommen sollte werdet ihr wahrscheinlich das auch sehen in der Playlist dass dort wieder eine Folge mehr ist ja ich weiß auf jeden Fall dass wenn ich den PC resetet habe ich auf jeden Fall dieses Spiel nicht noch einmal spielen werde das wäre dann schon wieder einmal zu viel und deswegen versuche ich jetzt so weit wie es geht zu kommen und ja ich würde sagen wir starten das Game ja top ne top wir sind drin ich erfasse den CNI Transponder des Käptens ich erinnere mich hier sind wir zuletzt stehen geblieben ich erinnere mich hier sind wir zuletzt stehen geblieben ich muss mal einen mehr legen ich muss mal wieder reinkommen ey ja hier gibt es irgendwo das ich muss das mal sagen oh shit oh shit oh shit oh shit wo ist das ich weiß dass es hier so ein Health Kit gibt ich muss das jetzt mal kurz nachgucken ich weiß auf jeden Fall dass es hier ein Skip bloß wo oh das ist äh ja ich muss mal wieder reinkommen habe ich das Gefühl oh shit oh shit oh shit oh shit fuck alter wo ist das Health Kit ey hey 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 ihr werdet alle sterben oh non Oh shit ey LOL Da wurde ich geklettert Kontakte jede Menge Kontakte wo zum Fick Alter ist dieses Scheiß Health Kit ey jetzt bin ich fast down Alter ist aber voll links so ok die sind down verdammt Alter hier gibt es kein Scheiß Health Kit bei normal ok das Prozent ach da ist es danke sehr oh geil jetzt bin ich safe würde ich sagen so down down motherfucker oi 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 oh ja da küsst ja komm raus damit ich dich sehen kann so wir machen ja 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 jetzt geht die Action jetzt geht die Action los wir könnten versuchen über die Seitengänge weiterzukommen da geben wir leichte Ziele ab wir können diese Position halten wenn sie eine Möglichkeit finden die Tür von der anderen Seite zu öffnen ja es ist so vielleicht kann ich die Tür irgendwie öffnen ich höre Steps ich boah ich höre ich komme gerade ein bisschen durcheinander erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen ähm ich hab mir fast gedacht hat ich hab mir fast Diese die auch bah Ichu und die 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 1983 iosity ein bisschen behindert gewesen, oder? Ah, da. So, danke sehr. Ähm... Jo, jo, jo. Okay. Die Tattoo-Bewegung ist aber auch voll für ein Arsch. Oh, shit. Was? Na, komm, guck. Willst du nicht mich machen? Ähm... Ach ja. Da war ja was. Mal, mal... Warten Sie. Dort unten ist die verschlossene Tür. Die Marines warten auf der anderen Seite. Irgendwo in diesem Raum muss die Türsteuerung sein. So, okay. Erstmal muss ich hier... ...den Typen hier wegmachen. Schön auf die Füße ziehen. Ups. Was? Jo, jo, lad dich mal ruhig auf. Ich mach das schon. Ja, ich weiß, da ist es. Was? Boah, Junge. Boah, ey. Fuck mich doch mich jetzt mich ab, ey. Ich hör's dir. Ey, Michelle. Ach, da. Da ist er ja. Ah ja, kann ich mal bitte kurz anvisieren? So, danke. Einmal. Und... Na. Zweimal. So. So macht das... So macht man das, ja. So. Ich würd sagen... Wir führen mal fort, ne. Ach, hallo. Gut. Lass mir ein paar übrig. Ne, weißt du. Ich mach's extra. Äh. Ja. Tu. Passt tipos. Die laden nicht weg. Wir müssen zurück. Oh ja. Und qui ... Und nächstes Mal zeigen wir es Ihnen richtig. Alles klar, Sir. Machen wir, dass wir weiterkommen. Okay, Ruhe bewahren. Schreien Sie, wenn Sie etwas sehen. Schreien Sie, wenn Sie etwas sehen. ich habe was gesehen hallo ich habe geschrien wieso hallo hallo okay ich glaube ich lasse es mal schön in die klöten gehen sie dauernd geleckt weil ladepunkt und so so er da ich ja das spiel ja schon durchgespielt habe weiß ich äh da kommen unsichtbare wächter das wird jetzt ein bisschen Harry weil hier kommen die dicken Klopse oh da ist ja noch einer hallo lässt du das mal bitte wieso schießen du mich ab was soll denn bitte hast du kein benehm meine Fresse das ist unhöflich alle ey das gibt es ja nicht so ja ja von wo denn ach von da ja jetzt noch mehr hat das Ist das alles, was du drauf hast? Alter, es brennt! Du bist tot! Cortana an Echo 419, fordere Verstärkung für unsere Position an. Hier, V-Hammer, Cortana. Ich höre sie, aber sie sind im Inneren des Schiffs. Ich weiß nicht, wie ich... Erfassen Sie mein Signal und nähern Sie sich im schnellen Tiefflug. Auf der Steuerbordseite des Schiffs ist ein Fährenhangar. Roger Cortana, Echo 419 im Abflug. Boah, bin ich hier alleine oder was? Krass, Alter, was für Nubis. Krass! Oh! Los, los! On, Los! Yo. La, la, la. La, la, la. Shubido, Shubido. Ja. 12FID 12FID Lalalala Ach, come on. Ach, come on. Oh. Jetzt kommen sie noch von da, ja? Okay, einmal hätte ich... Zweimal... Habe ich sie geklettert? Yo. Hey, wohin sollen wir jetzt? Alle Türen dieser Ebene sind verschlossen. Warten Sie. Ich greife auf das Gefechtsnetz der Allianzzone, suche einen Umgehungscode zum Türöffnen. Vereinen Sie sich besser, Cortana. Wir können sie nicht den ganzen Tag aufhalten. Ich arbeite daran. Ich bin gespannt, wie du einen mit 128.000 Bit verschlüsselten Code knacken willst. Ich mach mich nicht. Weiter so! Ups, Upadh, Down. Du, Upadh, 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 Upadh... vorsichtig oh shit ähm die Jungs die sind ein bisschen mammutenhaft und gefährlich ups da hab ich einen von mir gekillt oh shit boah einer down oh beide down meine alle sind tot ja super das war mal nicht so wie es sein sollte scheiße jetzt bin ich ganz alleine auf mich allein gestellt oh geschafft die Tür ist offen alle müssen durch ich kann nicht versprechen dass sie wieder aufgeht wenn sie erst wieder zu ist ja super was bringt mir das wenn ich alleine bin supi ah meine Fresse ja die sind halt zu stark muss ich sagen wir werden sterben oh ja ja das bin ich so frechlich wut 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 oh shit oh nein und tschuss ja und äh ja damit beende ich auch die Folge weil die ich schon aus das ist schluss und ende ich sehe ich sehe einen ich sehe einen ähm ähm ja wenn ich die Folge gleich beim Kontrollpunkt wow diese diese Keimviecher sind so gefährlich geworden die Granaten ballern ey das ist nicht mehr feierlich oh shit oh fuck oh shit oh shit man muss ganz genau zugucken man muss ganz genau zugucken man muss ganz genau zugucken da war er 880 äh ja ich habe diese Zahl irgendwie voll oft habe ich das Gefühl muss jetzt noch ein zweiter sein da nicht aber da ja ich glaube dass ich zurückgezogen ansonsten hätte ich ihn schon bemerkt oh da ist ein anderer oh fuck der ist hier irgendwo ist er hier in der Nähe ich werde Verstärkung anfordern es wäre sinnlos mit weniger als voller Stärke da rein zu gehen Cortana an V-Hammer wir brauchen mehr Unterstützung wir werden das Hangertor wieder öffnen rücken sie vor und setzen sie auf mein Signal hin Reservetruppen ab verstanden verstanden Cortana Echo 419 warte auf ihr Signal da habe ich einige mit oh ja oh das ist der unsichtbare so 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 der wird hier irgendwo jetzt stehen da steht da irgendwo hier ich höre dich aber ich sehe dich nicht da bist du guck nochmal raus guck nochmal raus aber ja da ist er da ist er ja da ist er down würde ich mal sagen na ok da ist noch einer so so sollte es laufen Cortana an Echo 419 Hangartor ist offen beginnen sie anflug roger Echo 419 anflug yo 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 so yeah die Marines sind da meine Damen okay ich würde sagen an dieser Stelle beende ich jetzt endlich ähm ja vielleicht kommt der nächste Folge vielleicht auch nicht ich weiß es nicht auf jeden Fall wenn es euch gefallen dann lasst ein Like da wenn ich dann nicht das sei euren Channel so haut rein bis zum nächsten mal macht es gut und tschau tschau